Freunde, niemand redet über Ground-Loot-Waffen in Warzone. Ich denke, ich muss diese Lücke füllen, zumindest für dieses Video. Denn Warzone ist kein Kindergeburtstag, man kann nicht immer das haben, was man will. Wie wir in meinem letzten YouTube-Short gesehen haben, muss man auch mal ein paar Runden ohne Luder zurechtkommen. Und dann ist Ground-Loot-Waffen-Wissen essentiell. Hiermit stelle ich euch die FFAR aus dem Ground-Loot vor. Das einzige Mal, dass ich in dieser Runde tot war, war, als ich durch dieselbe FFAR gestorben bin, die ich gespielt habe. Das kann doch kein Zufall sein. Der einzige Nachteil der FFAR ist, ihr dürft nicht aufhören zu schießen, denn dann schießt die Waffe in den Himmel. Und jetzt wollen wir uns mal in dieser Uncut-Runde ansehen, was mit einer Ground-Loot-Waffe alles möglich ist. Die Möglichkeiten und Herausforderungen der FFAR, bitteschön. Manchmal überrascht es mich, wie weit die Shotgun hittet. Du brauchst eine Heli-Gegefung. Ja, kann sein. Oh, da geht einer die Treppe hoch. Weil wir sind welche gelandet. Also, jetzt. Hier, unten ist einer. Mehrere, mehrere unten. Hinten noch. Ja. Ja, ausgesinnt. Rätzt sich. Down. Um die Ecke. Ja, ich wanderte den hinten. Noch ein net. Oh, ich wurde schon in den Tor gesniped. Der hat sich gerestet. Oh mein Gott. Am Shop. Da. Was macht der da? Steht einfach rum. Oh, habe ich noch? Ich bräuchte hier ein bisschen Hilfe. Ja, ich bin hier. Hinten. Lock. War auf jeden Fall ein Lock eben. Den habe ich gefinisht. Meiner Meinung nach. Wir haben ein Low-Deal, Efi. Ich dropp dir. Da hinten ist ein Scott. Ich sollte mit der FVR spielen. Aua. Oh. Oh, jo. Wo? Die kommen, ne, ja. Nein, die kommen schon. Orange. Durch. Kommt hier rein. Keine Einer retten. Ich würde mir gerne packen. Ziehen kurz. Wir können hier nicht retten. Das ist komplett offen. Ich bin schon tot. Sobald ich rausgehe. Ich rette eben. Alter, schiebt der oder was? Kann ich sagen. Kann es sein, dass da einer von oben ist? Ne, der ist auf unserer Etasche. Ne, der schiebt, kannst du mir nicht sagen. Der schiebt, am Ende des Hauses. So gut ist er nicht. So gut ist er nicht. Warum kommt er denn nicht näher? So eine Tasche. Ich habe nicht geschafft, meinen Lotto zu nehmen. Das müssen eine Anlocken gehen. Da ist doch eine bei dir. Ja. Ich bin hinter dir. Wir haben die Ecke. Das ist eine Slap. Oh mein Gott, wie schnell ich tot bin. Ich bin, hab ihn. Also der hat einen krassen Snap gerade auf mich gehört. Wie bei uns noch einer. Oh Mann. Warte, komm, komm, komm. Komm, komm. Oh, oh, what? Wie heftig ich gleich tot war. Ich habe eine Gasmaske. Will einer mit? Ich habe auf jeden Fall keine. Aber ich bin drin. Bin selbst. Dann bleibe ich hier stehen. Waren das jetzt Cheater? Ich glaube schon, habe ich gesagt. Also die Snipes, ich glaube, der hat einfach nur einen ziemlich guten Angle auf uns. Also gerade hat er mich gequickscoped von einem Meter. Bei mir hat er einen crazy Snap gehabt, als er von seinem Motorrad runter war. Bei mir war es einfach nur unlucky Positioning bei mir. Ich hätte es gern gesehen. PPSH hier. Ich habe mein Loader nicht mehr looten können. Jo. Ich habe es auch noch gerade so geschafft. Ich gehe auf YOLO hier hoch und du willst... Lassen wir unseren Frust an den Bonshaus schießen. Dann soll es so sein. Dann soll es sein. Hast du ein Hardbit hier für das Gebäude? Nee. Ja, ist frei. Gut, dann brauchen wir gar nicht hier hin. Halt mal die Boys hier, oder? Hm. Oh, Türe. War links. Hier ist was drin. Ja, ich höre es drin. Absolut, absolut. Er bleibt an den Türstuhl hängen. Schön. Und hast du seinen Mates gesehen? Äh, ja, unten im Haus. Gegenüber. Bei uns? Da, Orange. Warte, dann unten im Haus gegenüber. Ja, 1,4 Meter, Leute. Ich glaube, der ist auf dem Dach hier. Der ist oben. Ah, nee. Was? Das war aber ein anderer. War nicht der. Ja, Depp, ey. Hm. Oh. Der am Dach ist K.O. Ich geh hoch. Da landet aber wieder was. Dach gegenüber. Nein. Oh, Gott sei Dank. Danke. Der rätzt sich aber. Ich geh wieder hoch. Wo genau ist einer gelandet? Auf den Dächern. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, wie konnte ich das überlegen? Einer P. Echt? Hast du den da drüben? Ja. Gut. Hier unten vor unserem Haus liegt eine Mech und sowas. Da sind wir dann abgewartet, bis es das Loadout genommen hat. Äh, einer landet hier drüben. Auf dem Dach. Ich behalte die einfach. Oh, oh, ein Tower. Ein Tower. Ja, ein Tower. Die machen das eklig. Ich hab ja gar nicht... Unter uns ist einer. Boah. Ja, gelasert komplett. Ganz unten, oder wo? Oh, lol. Der ist Cracker unter uns. Ja. War ich der Einzige? Da. Also der, der mich gekillt hat, war gegenüber. Ja, gegenüber auf dem Dach war einer die ganze Zeit. Danke. Ne. Wo beim Tower, oder? Welches? Ne, auf dem Dach. Ja, auf dem Tower auf dem Dach. Da auf Orang schoben. Ja, die Grimme aber eh nicht, finde ich, so man es nicht sein lassen. Ja, das ist immer fies da drüben. Kann man. Machen wir lieber Beschlüssel, oder? Das sagt, ja. Für uns jetzt noch einen Beschlüssel reinzugehen. Das ist doch einer. Der ist schon wieder da. Wie oft gleich noch sterben. Das sind ja nichts in allem Tower, ja. Haben wir Drohnen? Geht das hier durch, wie ja jemand gelandet? Unten in Prisons sind Dudes. Geht durch. Ich hab nicht mal ein Heartbeat und Loadout hier. Ist hier links rein, ey. Die Leute sind hier drin, überall. Über uns. Hm. Alter, das sind hier jetzt. Ich hab's gedacht, das war bad, Alter. Na komm, das soll's so sein. Machen wir Heartbeat. Na, okay, die fighten ja. Ich hab mal Cluster geklustert. Noch welche. Da kommt einer die Leiter auf der Snack. Nuh, was ist das für eine Waffe? Ich spiel nur noch die FFR. Ist gut, ne? Ja, vor allem die man hier so finden kann. Gegenüber sind noch welche, oder? Ich glaube auch. Heartbeat. Haben, haben. Ah, scheiße. Hast du ja Plates zufällig noch? Äh, vier noch. Ich hab nur noch eine. Ist der tot da drüben? Geh mal hier raus. Wir können doch noch kurz zum Shop welche kaufen für alle. Hat jemand eine Gasmaske? Oder du willst noch Fiat mal haben? Der auch noch nicht. Der auch noch nicht. Das ist eine Tasche. Äh, eine Reserve habe ich. Das passt, das passt. Ja, hier, ich hab zwei hingelegt. Also ich hab noch voll. Und hier oben ist noch eine Tasche, ne? Ich leg hier auch noch mal zwei hin. Soll ich hab auch acht. Na komm, jetzt hab ich drei. Das passt, das passt. Ja, jetzt Control ist jemand gerade gelandet. Was? Äh, den Loan hat umgeschossen. Jawoll. Ich finde, er hätte noch nocken sollen. Uh. Ja. Notiert da rein. Ja. Ich finde sie noch ein paar mehr. Leuchtturm gegenüber. Ist der letzte. Hat noch wer zwei Plates zufällig? Ja. Dann nicht. Ja. Hinter dir, hinter dir. Tanks, Tanks. Tanks. Ich hab immer noch keine Hardbeat. Äh, Herzflag drüben. Also. Ja. Leucht vom Dach immer noch. Noch nix. Dealbreak beim Dach. Knock hinten. Lass uns runtergehen, ja. Ja, ja. Let's go. Obwohl, der Dach lag gerade groß? Ich bin schon unten jetzt. Komm mit dir. Also, es landen die da alle. noch gekauft landen noch mehr leute wie so eine tasche worden ohne sniper ich werde nur den barker wegnehmen ich glaube das baum die sitzt hier drin ja ich habe natürlich gehört aber da steht auch ein geschütz im haus ja hier drin ja ich weiß unten ich war schnell tot der hatte auch eine ffr die selbe nicht leider nicht lassen wir zum shop rotaten oder überliebt überliebt mehr cash das eine team aus living oben im haus paketenwerfer die zone unter dir genauso die stehen am fenster ja no schade man ah ja